Hey und jetzt kommen wir zur vierten Folge von Bloodhunt Das ist ein MacBook 2 so und so Das ist unser Ich bin aufgedreckt, ich werde aufgedreckt Jede Runde ist Standard Was ist das so krass? Was ist das so krass? Ich hatte ihn nicht zugegen Ja, aber... Ja, ich komme noch mehr gegen Habe an Ich habe noch mehr gegen Ich komme noch mehr gegen Was ist der andere vor dir? Nee, ich habe noch nicht gespielt Der hinten steht da oder der Gegner Der Gegner Der ganz hinten Wie gut ist das? Den kann man laufen Ich komme nicht in der Lauf Ich bin in der Hinsette Ich habe noch nicht in der Hinsette Ich bin in der Hinsette Ich bin in der Hinsette Ich bin in der Hinsette Hier fehlt noch weiter weg. Der Traum ist da. Nice. Alter, das war ein Schlauersport. Ja, aber alles mit dem Messer eigentlich. Ich bin einfach angestiegen bis ich neben war. Ich hätte zwar ein paar easy Schüsse drauf machen können, habe ich mir irgendwie gedacht, wenn ich gleich neben stehe und ein paar Hits drauf mache. Ich bin rein und habe geflasht, Alter. Ja, war ziemlich nice. Ich bin einfach mal ein Schlauersport. 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 Ein Schlauersport, ich brauche einfach mal die Schlauersport. Käse. Alter, hab ich gar nicht viel geklärt. Hey, Alter! Ich hab leider gar nicht geschickt bei dem. Alter, der ist nicht gut, wenn's ausgebracht. Ja. Du bist in der Stemke, oder? Nein, bin immer dumm und dann hab ich kurz das Sprit rein gehabt, was du so zumuteiz willst. Wo ist wer? Cool. War hinten um Süden zu dort, so ist es. Ah ja. Das hat ihn schon. Drei. Der letzte. Der hat einen Bogen, glaub ich. Muss noch kommen. Der letzte, glaub ich. Das ist frech. Ja, nice. Er steht da auf, ich holte da auf mit so einem kleinen Fondkreis Kahn's Hidris. Oh, nice. Wer redest? Naja, der ist ja auch besser, du Kamerad. Der Streitwunsch um die Kies. Genug für alle da, ha? Was ist das? Was ist das? So, Angst? Er hat ein Blink, also. Tukan. Hier habt ihr einen Bogen! Na, was heißt das? Das ist ja alles Maa-Bogen. Haben die eine Bogen. Ich habe einen Gifte. Probier ich mal. Okay, التin訴ferant. Ja. Oh, der Backe ist auf dem Weg. Weiter. Ich hab da glaube ich sowieso stürbe fahren. Ich hab recharged. Noch noch vorne. Ich hab's mit. Hier. Ja. Ich hab's mit. Ich hab's mit. Ich hab's mit. Hier. Ich hab's mit. Ich hab's mit. Das ist das nicht. Ich hab an. Ich hab an. Na, ich hab ein. Na, ist auch die Trelle an. Na, ist das gerade kein Zeben da? Das kommt ja geil aus, ne? Mindestens, ja. Das ist ja eine Anlage vor uns, meine. Oh, gesopper. Tja, oder hier, wie immer, das ist rot. Sagst du das so gläsi? Ich schätze mal noch nicht, ich sag, weißt du das? Ich sag, das ist ja. Oh, los. Oh, los. Lohr, du bist so far, ja, ich verstehe den. Lohr! Ich stehe. Ja, du bist. Ich... Was soll er? Oh. Jetzt unten wir drillern. Okay. Ich stehe. Ich stehe. Ich stehe. Ich stehe. Ja. Ich stehe. Ich stehe. Ich stehe. Ich stehe. Krass. Der schenkt mir jetzt die Apokate eingefüllt, Charly. Wo ist der dritte? Ehe da. Jetzt sieht man fast gar nicht nach oben. Wie muss das das? Da kommt er in die Gegend. Da kann man nicht zu dem Fenster eingehen. Da trefft man auch ein paar. Den Headshot Sound kriegt mit Explosive Crossbow und der ist dritte überlebt. Ich hab's gewischt. Explosive Crossbow. Ich hab's gewischt. Aber wir können Schuss mehr. Ich krieg mein Headshot Sound mit einem Crossbow. Ich kippe keinen. Ich krieg das nicht über und verschleخت. Endshot! Brickshot! Die sind da vorne Die sind gerade die Schüsse da vorne Ich bin nicht Ja, es sind immer noch drei wieder Oh, ich mein Gott Hit Aaaaaaah Ich habe überlebt es heute Ja, wie war es? Ja, den Hatsch hat es auch schon überlebt Ich muss hin Ja, den Hatsch hat es auch schon überlebt, ja Wollen sie alle? Ja, voll Alles klar Juppie Ich mache hinten mit, der Farm kommt jetzt hinten mit So eine Sonde baut, die mich da unten Und geht eher Richtung Norden Okay, okay Ja, also Die waren schnell da Ich glaube, der hat den Gratis geklappt Ich bin auch quasi eingestunden Ich glaube, der hat den Gratis geklappt Ja, was? Ja, was? Die sind auf der Tür lief je da net Ja, ich weiß 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 Ich weiß Und da ist ein D, Minecraft Geht? Wie ist er da dringer? Wie gilt sie denn da dringer? Hm Der Socratek ist böse mit wachs du musst es in es ist echt in der vor warum denn ich war nicht noch zu sehen fangt du aus was war noch da ich glaube da der Sparks wäre es oder nicht dahinter vorne WTF? Ist das alle? Wo war es die Grenze? Es sind eher alle, weil wir haben da kein Geld Oh, da geht Franco Ich bin viel Dregel Alter Zehn Rollis Zehn Rollis, das schmeckt Easy, easy, easy Den verschicken wir, geil Und ey, die Missione wäre geschafft Ocht in einer Runde Ey, nehmen wir gerne Umar Charlie will mir auch was geben Charlie Ja, wo kommt das? Den verschicken wir Das ist in der Visierung bleibst du auf jeden Fall Alles klar Danke fürs Zusehen Ich hoffe euch hat die Runde gefallen und bis zum nächsten Mal Servus Wir sehen uns beim nächsten Mal Untertitelung des ZDF, 2020